Ich habe mich natürlich vertan. Hololulu-Juicer ist ja gar nicht mehr draußen. Das ist Spidey. Spidey ist draußen noch. Bei den dreien hier. Spidey, Tiana und Strawberry Cooler. Kommt schon selber ganz durcheinander. Jo, die klippen jetzt langsam aus. Danke, Tiana. Jetzt wurde ich auch getauft. Träffi, ich sehe nichts. Tauriel, lass ihn mal. Ich möchte wieder raus. Ich möchte wieder raus, Maus. Ja, und weg damit. Und weg, ab dafür. Tiana, müssen wir dich jetzt erstmal trocknen. So. Mäuse. Die beiden Jungs, die überdrehen jetzt hier auch. Hey, nee. Also ihr seht, die werden auch ein bisschen rabiater jetzt untereinander. Tiana? Ja, und Tiana hat's gefallen. Jo. Wasser. Rain River Aussie. Hihi. Wie die Mama. Hr. O, plaatsch. Hr. Hr.